Moin, willkommen im Infokanal des ZFR der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie das WLAN-EdgyRoom auf Ihrem iPhone einrichten können. Für die Installation benötigen Sie Ihren Hochschul-Account und eine funktionierende Internetverbindung. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone bitte den App Store. Geben Sie bitte in das Suchfeld EasyRoom ein. Nachdem die App gefunden wurde, bestätigen Sie mit Laden. Wählen Sie Installieren und bestätigen Sie die Installation mit Ihrer Apple-ID. Nach der erfolgreichen Installation können Sie die App öffnen. Bitte wählen Sie Mitteilung erlauben. In der App wählen Sie bitte die Option mit Browser anmelden. In der nächsten Maske geben Sie bitte in das Suchfeld Bremen ein und wählen aus den Ergebnissen die Hochschule Bremen aus. Nun müssen Sie sich mit Ihrem Hochschul-Account authentifizieren. Geben Sie bitte den Benutzernamen ein, ohne edhs-bremen.de dahinter, gefolgt von dem Passwort. Und bestätigen Sie mit Anmeldung. Wählen Sie Neues Profil installieren und bestätigen Sie dieses. Als nächstes kommt die Abfrage, ob Sie sich mit EdiRoom verbinden möchten. Führen Sie die Einrichtung an der Hochschule aus, wird sich das WLAN verbinden. Machen Sie das zu Hause, wird es fehlschlagen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wenn Sie das nächste Mal in Reichweite von EdiRoom kommen, wird Ihr Gerät sich verbinden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit EdiRoom. Vielen Dank für's Zuschauen.